Es ist alles möglich. Da kannst du hier Bayern viele Dinge ausprobieren. Man sieht immer wieder, dass Gegner unterschiedlichste Herangehensweisen haben. Fakt ist, egal welche taktische Variante du wählst, es muss an dem Tag alles passen und du musst einen perfekten Tag erwischen. Dann kannst du hier Bayern München auch gewinnen. Wenn du bei Monopoly die ganzen Häuser und die ganzen Hotels hast, können die anderen kämpfen, wie sie wollen. Irgendwann ziehst du die letzte Hypothek ein und die anderen verrecken an der Miete. Und von daher ist es halt so, Bayern hat sich eine super Position erarbeitet. Die haben sie nicht geschenkt bekommen. Das ist eine Wahnsinnsposition, die sie haben und sie machen halt gerade auch wenig Fehler. Klar machen die Transfers, die 30 und mehr Millionen dann auch beinhalten. Aber du kannst ja auch davon ausgehen, dass so ein Spieler dann nicht den Ball zweimal nacheinander über die Seitenlinie rausstoppt. Sondern es sind dann schon auch richtig gute Spieler. Und diese Mannschaft passt gut zueinander, die sie da haben von den Positionsbesetzungen her. Sie haben sich da eine Position erarbeitet, die ganz schwer ist, da nochmal ranzustoßen für alle anderen Teams. Auch wenn viele dann darum kämpfen, da ranzukommen, wird es vielleicht auch immer mal wieder engere Saisons geben. Aber Bayern wird auf Jahre hinweg einfach immer unter den Top 2, 3 Mannschaften sein. Das ist definitiv sicher. Und mit diesem Team sich dann zu messen oder messen zu dürfen, ist ja auch immer wieder eine tolle Herausforderung. Dass du siehst, wenn du gegen die besten Mannschaften, wenn du gegen die besten der Westen spielst, ist eine tolle Sache, auch für uns. Aber wir werden sicher nicht da in Ehrfurcht erstarren, sondern in solchen Spielen musst du da eine Chance suchen. Sonst ziehen sie dich kaputt.